Wir als Ehredame freuen uns extrem. Es ist ein grosser Stolz dabei, eine sehr ernährvolle Aufgabe zu machen. Und ich denke, das wird für uns alle ein unvergessliches Erlebnis, das ESAF Praterai im Baselbiet zu repräsentieren. Ich freue mich am meisten, ganz vorne mit dabei zu sein, ein Teil von etwas Grosses zu sein, in der Fest-Arena mitwirken, die Emotionen miterleben und auch am Schluss, wenn wir die grossen Bösen krönen dürfen, das gibt mir Hühnerhaut und sicher den anderen auch. Und wir freuen uns alle ganz fest, dass wir dabei sein dürfen. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.